Bilder, bei denen Leute ihren Job aber ganz schlecht erledigt haben. Dieser Osterhase ist ein Meister der Tarnung. Da hatte jemand gar keinen Bock mehr auf seinen Job. Da muss man sich wohl entscheiden, welches Fach man zuerst aufmacht. Einfach nur warum. Warum? Überall sind Harry Potter-Köpfe, aber... Wenn man es nicht direkt beim ersten Versuch schafft, hat man noch ein paar Retries. Was ist... Wenn man bei McDonald's versucht, einen Cheeseburger ohne Käse zu bestellen, sieht für mich jetzt nicht so barrierefrei aus. Das hält bestimmt noch.